herzlich willkommen seit längerem mal wieder zu minecraft dungeons ich muss dieses spiel erst noch durchspielen bevor ich es beenden will deswegen müssen wir es jetzt erstmal noch durchspielen heute ist dann der nasse sumpf da freue ich mich überhaupt nicht drauf da habe ich eigentlich überhaupt keinen bock drauf auf diesen dungeon der dungeon ist nämlich schrecklich schrecklich einfach nur schrecklich die ganzen hexen die nerven mich jetzt schon wenn ich die jetzt schon sehe ja mein kopf dann soll jetzt immer samstag und sonntag kommen aber als zusätzliches video ich weiß das wird nicht so gerne geklickt aber ich spiele zeit gerne und ich möchte das spiel auf jeden fall jetzt noch durchspielen ist ja jetzt nicht mehr viel die dc kommt ja auch im september glaube ich noch oder im august weiß ich gerade nicht deswegen spielen wir das jetzt hier noch durch ja und irgendwie ich gefühlt leckte ich schon wieder oder dieses spiel ne ich muss diesmal sehr sehr vorsichtig sein weil die hexen sind echt zu unterschätzen am besten muss ich die einkommen die ganze zeit mit pfeilen töten wenn ich schon welche sehe sauer aus das ist eigentlich selber gut ist dann wechselt hier und das geht eben auch weg wir wollen natürlich auch hier 100% hier durchsuchen mit dem leben das ist nicht ganz verstehe da unten wie konnte ich das dann erkundet haben ja auch nicht oh keine Ahnung, Sandy, A-G, Fendi ach man ich weiß gar nicht mehr wie man ausspricht ich habe gerade die erste Folge von Pokémon-G und ich muss sagen ich bin echt doch mal interessiert auf die Serie hätte ich jetzt eigentlich nicht so gedacht aber da ist sie oha, hält die Fehler aus das ist das nicht cheating, oder? oh nein, geh weg, geh weg, Hexe oh Gott, hält die Fehler aus damit hätte ich jetzt nicht gerechnet genau, ich habe Outlander geschaut äh, gefilte bisher relativ gut tatsächlich, Staffel 4 fand ich eher so mhm, hm ein bisschen langweilig aber es ist eigentlich schon mal ganz gut gestartet muss ich sagen, Staffel 4 ist glaube ich auch schon zwei Jahre bei mir her deswegen weiß ich das gar nicht mehr so hundertprozentig ich weiß nur was da äh, ich will ja nicht grönern oh Gott oh man oh oh okay ja 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 yes gift okay yes okay yeah Oh, das ist ein richtig viel Fahrer. Oh, man. Also viele Hecks. Cool. Danke. Danke, danke. Gut auch Zeit, ey. So. Hier gehts eben weiter, okay. Viele Geheimnisse gibt's hier. Eins, okay. Muss ich hier gar nicht so drauf achten. Oh Gott. Es ist besser einfach da hin zu gehen, ja. Die Karten sind weg, danke. Nein, nein. Sie ist weg. Oh, einfach bän, bän, bän. Dann hoffen, dass die Hexe weg ist. Oh, nein. Oh, nein. Diese Markierte da, ne. Die wirkt ja gar nicht. Die wirkt ja gar nicht. Die wirkt ja gar nicht. Weg mit euch. Oh, weg mit euch. Oh, weg mit euch. Oh, weg. Nein. Dann geht nicht. Okay. Die Fakten sind die nach. Dann geht es. Schauden. Ich bin hier. Ach, es ist die. Oh, weg. Ich habe einen Gewinn, ich habe einen Gewinn, ich habe einen Gewinn. Ich habe einen Versteckstel, ey. Ich habe einen Gesamtkinder, kann glaube ich zwei Schuhen dauern, ey. Die Beter unten noch? Nee, nicht. Gut. Oh. Wir haben noch Beeper. Bei den Beter, die können wir gleich wegmachen. Oh Gott. Oh Gott, wir haben das echt nur überlebt. Das passt nicht. Damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet, wenn wir das überlebt haben. Hier ist nichts. Okay. Gehen wir mal einmal nach hinten links. Okay, da ist auch nichts. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Oh nein. Guck mal, guck mal. Es hat, es hat überhaupt keinen Schaden gemacht. So. Was? Weg weg. Weg mit dir. Danke. Jetzt. Ruhe. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Ich muss sagen, dass wir hier hinten liegen. Das ist echt sehr da. So, ich möchte jetzt aber erstmal hier hinten hingehen. So. Okay. Da kommen wir gleich eh noch her. Da kommen wir gleich wieder. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Ist irgendwas? Ach, ne. Base. Das ist aber nicht viel. So. Okay. Zwei. Trieee. Zwei. 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 Was ist zuvor. Sieh. Sieh. Na. Zwei. Okay. Weg. 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 Wir werden da. SOLID. Wir haben das in der LeCheit. Okay. 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 So, hexer. Go away please. So, it's slimy. So, we can shump and do it. So. So. Sehr schön. Sehr sehr gut. Okay, hier ein bisschen Kessel. Oh. Oh. Das war echt gut. So. Hier ein bisschen Boden. Das war auszuholen. Super. Ist nicht so. Oh. Super ist weg. Sehr gut. Nice. Äh. Sehr gut. Zum Ausweichen. Die Hexe ist immer gefährlich. Was? So. 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 Sehr schön. Oh Gott. Der hat uns vollkommen getroffen. Hallo. Nein, 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 nein. Oh Gott. Sie sind doch nicht weg. So. Wie. Sehr schön. sehr schön. VERY schön. Yami. Yami machen. Und wir hier hier unten. Sehr gut. Das lebe ich dir. Wie. Von so schnell. Von so schnell. Von so schnell wie. Von so unter. Das lebe ich nicht. auch 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 Ich habe jetzt auch noch hier. Ach Gott, ich bin so schlimm. Ich bin so schlimm. Sehr gut. Das war cool. Das war echt cool. Ich hab das gemacht. So, ja, ja. Uh, 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 uh. Das hat ein bisschen weh. Das macht nichts. Ich muss halt eben raus. Ich muss noch raus. Ich war doch ein bisschen zuher geert, wenn ich das habe. Oh, 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 oh. Ich höre es noch. Oh Gott. Oh Gott. Gott, 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 Gott. Ah, ey, danke. So, hier ist immer das mit dir. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Diese Hexen, ne? Das sind echt die nervigsten hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Margaret, dieses降 der Ball Sch usual. Oh Gott. ZACK! Und nochmal ein bisschen hier. Sehr schön. Sehr gut. Hat Spaß gemacht. Es läuft echt ganz gut. So, dann gehen wir erstmal rechts würde ich sagen. Dann gehen wir gleich über die Bucke da rüber. So, dann gehen wir gleich über die Bucke da rüber. So, dann gehen wir mal wieder. Hier ist aber nichts. Okay. Wie sieht die aus, Krippler? Oh, wir sind gut. Oh, wir sind gut. Was ist mit dir? Wie können wir denn Kissen? Haben wir eigentlich über die... ...die... ...die Xbox-PK geredet? Ich glaube nicht, oder? Es wurde... Also, Halo wurde angekündigt. Ich muss aber sagen, dafür, dass die alle sagen, äh... Äh... Xbox und Playstation werden irgendwie... ...revolutionär, die Grafik. Habe ich da jetzt leider nichts gesehen. Also, warum? Ich hab Grafik vor, ne? Sonst würde ich wahrscheinlich... ...kann es nicht scharfen. Aber ich hab... Ich hab davon echt wenig gesehen. Äh... Elu sah irgendwie... ...ja... ...aus... ...viele Spiele. Also, wirklich nichts Besonderes. Und so ging's auch... ...meistens mit den anderen Spielen. Äh... ...die... 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 ...die Leute... ...die... ...acht... ich mach mal... ...a cham... ...iyi... das war auf jeden Fall knapp, das war auf jeden Fall knapp, Fable wurde angekündigt, wurde aber nichts gezeigt, ja, und das als Wandmossing, ja, ich weiß nicht, das ist ja dann eher so, ja, komm, wir haben jetzt nichts besonderes gezeigt, komm, ich zeige euch jetzt hier noch ein Spiel, auf das viele gewartet haben, da sind wir auch so, wow, okay, toll, was gibt mir das? Irgendwie, wir fühlen nichts, oh Gott, ich muss raus, scheiße, scheiße, oh Gott, als ob ich jetzt hier starte, gut, da sind wir keine Ahnung, nicht mehr so, wie jetzt ist das Hotel... auch ich hab nicht Leben Leute erstmal möchte ich den da hinten weg oh Gott, der lebt einfach oh mein Gott, ich hab nicht Leben mal wieder ja Leben, Action oh, da freu ich mich ja schon wieder drauf kritischer Treffer, Wirbel oh, Wirbel ist super Scheinkranz, Schwächung Schockwelle das ist wirklich ein Schockwelle, die Gegner Schaden zufügt könnte ich auch nicht erklären und dann nehmen noch äh du 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 Kupf von Kärte zusammen gezogen ja, kann man kattische Treffer finde ich auch ganz cool ja endlich wieder eine coole Gräbe mit Lebe ach, das ist schön Leute ich weiß jetzt zwar nicht wo die Schweinchen hingelaufen ah nein ok endlich wieder Reißweite oder ja endlich wieder Reißweite so komm her komm her ja das ist ja schon das ist ja schon äh ok schweine schon mal weiter oder ne da ist es ja schon ok so was geht oh oh ist aber genauso gut der Bogen weg mit der ey weg mit der ey ich freu mich grad wirklich Leute der Dungeon hat sich gelohnt auf jeden Fall meine absolute Lieblingswaffe im Spiel äh da sind irgendwie Hexen oder so wer ist denn da A2 ok aber wie haben wir da oder oh Gott sind gar nicht so leicht sind gar nicht so leicht super na guck oh hier meine Tüchis genau weil hier hinten sonst noch was wir gucken wir gucken ne sieht nicht danach aus sieht nicht danach aus so da oben kommt man auch nicht drauf ok dann gehts weiter ja nochmal muhmmm ok die Skeletten sind irgendwie etwa schwerer als die ich bin aber es macht nichts hm na ja wot the fuck das ist einfach fast ich ok nach oben möchte ich gleich auch noch hier kommt man nach oben so perfekt oh, komm mal her, hier ist einer super oder was? Ne, da ist nichts mehr da ist nichts mehr, hier ist aber wahrscheinlich auch nichts mehr was sind für einen besser? das muss ich gleich lesen sorry, ich kann nicht direkt antworten, ich muss warten ach man ich würde sehr sehr gerne antworten, Leute hier haben wir einen Zombie, yeah weg mit dir gehst du ihn raus okay, dann geh mit tatsächlich erstmal hier oben her oder ist das hier doch der Ausgang, glaub ich kann auch nicht mehr sein oh, bisschen Essie, Essie sehr schön oh, bisschen Essie, Essie oh Gott geh mal her oh, hallo okay, wir gehen nochmal runter ach, hier unten ging's gar nicht her ja, okay da 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 und weg da oh Gott oh, hallo okay die ging tatsächlich die ging zu okay 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 hier ist auch wieder so ne Art Rundgang okay ich kann auch mal hier rein okay meine Pfeile sieht das ganz gut aber wir brauchen für den Endkampf tatsächlich noch Pfeile vielleicht 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 noch wir gehen noch hier kurz gucken hier ist aber auch nichts okay okay, okay dann geht's weiter oh Gott werd ich fast von Tallow laufen und so hab ich hier alles? ja, scheint so ja nicht gut ne wie geht's noch nicht mehr überhaupt kein Problem für mich das ist nicht der Dank so und jetzt mit mir hier dran mit einem super noch ein paar Emel hinten geht's dann ganz weiter okay hier ist auch wieder nichts hm 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 sehr sehr seltsam hier oh Gott ich will noch keine Kiste gefunden haben also keine richtige Kiste ja okay, und geht's weiter und den O cool, Pfeile ich zählen hier gar nicht wenn ich das TNT nennen darf doch, doch zählen wir okay TNT umsonst geschmissen oh Gott oh Gott hm Pfeile da ist der Ausgang gehen wir erst noch nach links Hexi, Hexi komm mal her, hier kleine Hexe weg ist er 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 so was machst du denn hier hinten bewachst du hier irgendwas ja tatsächlich ne kleine BB Truhe wow toll cool die wollte ich ja haben man 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 das hätte ja auch ne Gold Truhe mal sein können naja man kann nicht alles haben Leute da hier werden wir schon direkt begüst da okay Die Hexe, was soll denn das denn hier? Ich greife mich einfach an, ohne nachzufragen. So, komm da mal ein TNT rein. Hab ich Glück? Oh, der ist aber hier heavy. Heavy unterwegs. Aber ich bin auch heavy unterwegs, Leute. So, mal ein bisschen Pieper. Muss ich mal eben hier rückzug. Sehr schön. Sehr schön. Und die Schockwelle ist auch gut. Sehr, sehr gut. Oh, ich hab den Charit aus Versehen genutzt. Ups. Oh, ich hab den Charit aus Versehen genutzt. Marsch. 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 Oh Gott. Ich hab vergessen, dass da kleine Viecher noch rauskommen können. Ich hab den geheimen Dungeon immer noch nicht bekommen, ne? Ich glaube, das ist widerlich, das levelt mit den geheimen Dungeon. Es ist ja hier random, welcher Dungeon jetzt hier vorkommt nach der Höhle. Und ich glaube, das ist nicht der richtige wieder. Ich bin mir sicher. Warte. Wo hatte ich die Karte nochmal? Ich hab's vergessen. So. Ah, hier noch. So. Ne, die verheizte ich da nicht nochmal voll. Es sieht so aus, als ob man da irgendwie nicht lang kommt. Aber guck mal. Tatsächlich. So. So. Weg. Oh. Ich bin ins Wasser geplumset. Geplumset. Da bin ich aber wieder. Da bin ich wieder. Da bin ich wieder. Schön. Wo ich hier wohnen wollte, weiß ich nicht. Meine hier hat man halt ... ... ... ... Da muss man halt dann wirklich wahrscheinlich was tun für seine ... 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 Mann, ich muss vielleicht noch der Boss-Fight, glaub ich, nicht fahren. Ah, ja. Nee, nee, hör auf, der ist hier. So, danke. Danke, danke. Ich muss mich halten, obwohl ich hier gleich zu halten. Okay, aber ein Apfel, der Apfel ist auch in Ordnung. Nein, ich auch nicht. Ist das hier wieder nicht der Geheimnis? Ich glaub, da würde dann hier nämlich weitergehen. Und bei uns ist da halt nichts. Wie immer, eigentlich. Richtig traurig. Ich hab das nicht gefunden. Ist ja sehr seltsam. Ich weiß nicht, wo das Geheimnis ist. Was? Ich hab hier noch. Ich hab hier noch. Ich hab hier noch geheimnisiert. Ich hab hier noch geheimnisiert. Hier hinten kommt deutlich mehr rein. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. sehr schön cool, haben wir es geschafft dann würde ich fast sagen das war's mit was ist das nicht gefallen? und die Hexen werden sich von diesem Angriff nicht so schnell erholen gut gedacht bis dann euer Kamito haut rein und tschau